Hallo und herzlich willkommen beim Startvideo zum Server StreamWorld. Wir haben die 1.11.2 genommen, da wir dachten, ja, wir können Plugins noch auf den Server machen. Deshalb ist der Modpack Server auf 1.11.2. Wir können eventuell, wenn er gut läuft, auch auf 1.12.2 hochswitchen, also hoch tun und, ja, dass wir, ja, noch ein bisschen mehr Mods vielleicht haben, updatete Mods und so weiter und natürlich auch andere Blöcke. Aber wir haben jetzt mal schon alles gemacht und deshalb, ja, zeige ich euch jetzt mal. Wir sind jetzt erst zwei Leute drauf, weil wir Owner sind und wir haben eben eine nickelnagelige Welt. Wenn die Leute drauf kommen und ich immer 16 Uhr streamen heute und jeden Tag, oder? Starten wir dann eben um 16 Uhr. Ja. Wir haben eine Farmwelt, das wird noch geändert. Ähm, sieht dann anders aus. Aber hier können wir farmen, oder? Kann jeder farmen in der normalen Welt. Also das ist jetzt die Farme. Okay, jetzt bin ich wieder falsch. So, jetzt gut. Und in dieser Welt wird gebaut und wir haben so gedacht, dass jedes Biom so ein bisschen eine Zivilisation hat, je nachdem was passt. Dass wir zum Beispiel im Schwarzeichenwald irgendwie etwas Asiatisches machen und in der Savanne irgendwas Amerikanisches, also Cowboys oder Indianer im Gebirge, irgendwie Wikinger haben und so ein bisschen Rollenspiel machen. Ein bisschen, ja, verschiedene Sachen, die zum Volk passen, anbauen und dann irgendwie so dazwischen, also zwischeneinander Rollenspiel machen. Wir haben nämlich recht gute Mods drin. Der erste wäre ja Animal Bags, damit man schnell vorwärts kommt. Das sind einfach Tiere oder Monster, die man spawnen kann. Und wenn man sie wieder tötet, kommt wieder dieses Rad, oder was es ist, wieder raus und man kann es natürlich wieder irgendwo transportieren. Dann haben wir, ja, die Dimension World, die Farm Welt. Dann haben wir Harvest Craft, damit wir auch gut anbauen können, dass jedes Volk auch ein bisschen anders ist. Chiseling Bits, damit man Mikroblocks hat, ganz kleine Blöcke, dass man jeden erdenklichen Block selber herstellen kann oder jedes Item, jedes Möbel, Schilde herstellen kann und so weiter. Also alles kann man herstellen. Das ist der Grundmod, wieso wir einen Modder-Server machen und nicht einer mit Plugins. Wenn es beides gehen würde, ja, wäre super. Dafür brauchen wir natürlich noch, ja, gute Modder oder, ja, Plugin-Enfaker, je nachdem. So, ähm, Chiseling Bits haben wir gehabt. Dann Custom Embassy, damit wir NPCs haben, da können wir Rollenspie noch umfangreicher machen. Wir können eben nicht nur mit den Spieler Rollenspie machen, sondern auch mit den NPCs. Die haben dann auch Quests, die haben dann auch Berufe und sind sogar zum Junk-Loten da. Also wenn ihr, ja, mal längere Zeit nicht da seid oder so, dann wird es trotzdem noch geladen und so weiter. Ja, dann ein Backpack-Mod, weil wir haben sehr viele Items, deshalb brauchen wir schon Backpacks. Wir haben einen Backpack-Mod, der verschiedene Tears hat und dann gehen bis zu 49 Felder-Items rein und das ist schon extremst. Und das gleiche mit Chests, den Iron-Chest-Mod, jetzt auch mit Schalke-Kisten. Jo, das sind alle, also es ist wirklich nicht ein großes Modpack, weil es gibt viele Leute, die nur 1 GB RAM haben, das aber nicht auf dem Server könnten und wir wollen natürlich allen den Platz auf dem Server bieten, auch wenn er einen schlechten PC hat oder so. Und deshalb haben wir jetzt mal klein, wir fangen klein an, werden vielleicht selber Mods noch erstellen oder ja, dann mehr Mods einfach reintun. Wenn Plugins gehen würden, dann würde natürlich jetzt auch besser gehen. Das geht leider nur auf der 1.17 glaube ich und deshalb in der neuen Version nicht. Ja, was gibt's noch zu sagen. Wir werden natürlich den Server immer mehr ausbauen und werden natürlich dann auch immer mehr Spiele einfach auf den Server lassen. Wir werden aber zuerst einfach testen und deshalb nur Leute, die wirklich auch aktiv sind in meinem Livestream oder in meinen Videos. Und ja, sicher schon mal ein bisschen bemerkt, dass sie nett sind und so Sachen. Weil wir wollen natürlich nicht, dass jetzt plötzlich Griefer und ja, Beleidiger oder so Sachen auf dem Server können. Gut, eben alles ist noch in der Testphase. Ich hoffe, ja, es tut euch wirklich interessieren und eben jeden Tag 16 Uhr gibt's ein Livestream. Da kann ich euch die Dinge zeigen, die ihr wissen wollt. Dürft ihr jederzeit interaktiv sagen, was ihr wissen wollt. Ich kann euch viel sagen und wenn dann vielleicht eine Woche oder so vorüber ist, werde ich mal eine Hausvorstellung oder ja, alles mögliche den Server ein bisschen besser vorstellen. Gut, der Snowbell-Doc ist noch am Arbeiten. 16 Uhr geht eigentlich, startet der Server und dann kommen die ersten guten Kollegen von mir auf den Server. Ja, also, Dankeschön fürs Schauen und ja, seid aktiv, dann kommt ihr auch auf den Server. Ja, tschüss. Die Geräusche Nein, wirklich. Norーевич Ja, tschüss. ... Dann